Herzlich Willkommen zu meinem neuen Video. Heute ist ein Blog angedacht, allerdings muss ich euch was sagen, ich habe es euch noch nicht gesagt. Also, warte, erstens, ich kann mein Handy nicht halten, zweitens, also ich habe heute meinen ersten Schulungstag quasi, denn ich habe einen Job bekommen und auf dem Weg dorthin werde ich so kurze Ausschnitte von oben und zu zeigen, also nichts Besonderes und jo, also hat rein, ich werde jetzt Zähne putzen, denn das habe ich genug vergessen und dann werde ich los starten. Es ist so viel in meinem Wasser, hm? Okay, jetzt los, bin berat angezogen und die Zähne geputzt habe ich gerade noch und dann bis gleich. Meine Schütze und weniger zu fahren. Und... Willkommen im Glätter. Sie, ich bin zu weit gefahren. Gott sei Dank habe ich noch eine Stunde bevor. Guten Tag Leute, heute ist Blogging Tag 2. Das bedeutet, gestern habe ich die Prüfung noch gut geschafft, ich habe allerdings danach keinen Bock mehr gehabt, ein Video aufzunehmen, einen kurzen Teil, also es tut mir leid. Ja, also... Ja, also... So... Allerdings habe ich heute gekündigt, ähm, beziehungsweise... Ich wurde... Keine Ahnung... Ich habe gekündigt, aber ich wollte auch nicht, also... Es ist ganz kompliziert, also sowieso... Ähm... Ich bin draußen gestanden und habe die Leute angesprochen, wegen Spenden sammeln und so. Allerdings... War ich da nicht so gut dafür, also... Ich habe es nicht bestanden. Ja... Es... War... Ja... Auf jeden Fall... Ähm... Werde ich jetzt, ähm, dann vielleicht noch rausgehen und so... Also ich werde mein Handy jetzt laden lassen, meine Haare werde ich grad... Blondiere ich gerade, damit ich sie mir nachher blau färben kann, mit diesem Ding hier. Und... Ja... Ähm... Bis dann... Bis... Ähm... Gleich, also... Ihr seht dann den nächsten Abschnitt, und... Bis gleich. Hi, also... Ich bin's wieder... Ich bin wieder... Ah... Wärts genau... Ähm... Ja, also... Es ist eine neue Szene... Ja... Ich habe sie mir jetzt blondiert, wollte meine Haarfarbe draufgeben, aber es hat nichts gehalten. Es ist wieder noch die Blondierung gehalten, noch die Haarfarbe allerdings... Wenn man so ins Licht schaut, ist es ein bisschen... Also... Es... Hat ein bisschen die Zähne angenommen, aber... Also... Die... Die... Das Blonde ist gar nicht draufgehalten, also... Es hat... Es hat eins zu eins gleich ausgeschaut, also... Es war wirklich gleich, also... Ja... Ja... Beim nächsten Taschenwert werde ich mir richtige Haarfarbe kommen... Und dann werde ich mir... Nochmal blau... Also... Besser blau färben... Tja... Jetzt werde ich euch gleich dann... Mit... Nach raus nehmen... Jo... Bis gleich... Ich... Also... Kurz zur Info, bevor das Video beginnt, oder... Falls ich schon das... Den Anfang gedreht habe... Ähm... Ja... Ähm... Ich... Versuche jeden zu grüßen... Also... Wenn ihr mal nicht dabei seid... Gebt nicht auf... Ich grüße euch... Ähm... Dann sicher... Vielleicht das nächste Mal... Also... Ähm... Ihr kommt immer dran, wenn ihr... Brav mitschaut... Also... Ja... Ähm... Kurz zur Info... Jetzt... Ähm... Genießt den Vlog... Und... Tschüss... Yo... Leute... Ich bin wieder draußen... Wer hätte es gedacht... Ähm... In der freien Natur... Hier mit meiner guten Freundin... Hallo... Sagen... Hallo... Yo... Peace... Ähm... Ja... Wir gehen jetzt gemeinsam in den... Anikalsenpark und... Ja... Das ist der nächstgelegende Park... Den ich... Booty... Booty... Ja... Den wir gemeinsam gefunden haben... Also... Ich glaube es ist auch der nächste Park... Von uns... Äh... Zuhause... Genau... Voll und... Ja... Wir sehen uns dann gleich im... Anikalsenpark... Hallo... Hier sind wir angekommen... Wer hätte es gedacht... Hier... Der wunderschöne... Und einfühlsame... Und tolle... Anikalsenpark... Und... Wer ist denn hier... La... Die... So... Leute... Wir haben es geschaffen... Uns auf eine Schongel zu setzen... Hier sagen du... Hi... Ciao... Ja... Leute... Ja... Ich dachte... Dass meine Zuschauer... Natürlich ein bisschen von Wien sehen wollten... Hier... Das hier ist Wien... Ne... Spaß beiseite... Das ist jetzt nicht... Hey Süße... Wie geht's denn dir? Das sieht ganz schön süß aus heute... Findest du das nicht auch? Ja... Findest du das ist jetzt auch schon... Fäsch... Ich hätte mir den Korb gegeben... Genau Leute... Wir sind hier gerade... Angekommen... Bei der... Hurenstiege... Wir sind hier gerade... Aufs Steinsessel... Und Steintisch... Ähm... Ja... Wir sind hier... Im Park... Vor der Universität... Ich glaub... Da hinten ist irgendwie... Der Universität hinter mir... Oder... Vor mir... Keine Ahnung... Ich kenn mich hier nicht so gut aus... Da hinten ist McDonalds... Ähm... Da hier ist überall Park... Also... Und... Wir sind gerade... Ähm... Wir sind gerade... Ein bisschen noch im Park geblieben... Wir werden jetzt... Allerdings... Falls... Wieder zurückkehren... Denn es ist schon dunkel... Ihr seht den Mond... Den wunderschönen Mond... Er... Es ist gerade Halbmond... Also... Jupp... Ciao... Also... Ich hoffe... Ich hoffe es hat euch gefallen... Ich hoffe es hat euch gefallen... Bis zum nächsten Mal... Das nächste... Der nächste Vlog wird natürlich... Viel spannender... Also... Ich werde im nächsten Vlog... Viel mehr machen... Also... Bis zum nächsten Mal... Ciao... Ich grüße natürlich... Heute... Ähm... Quamil Idritsa... Ähm... Glaub ich zumindest... Dass man dich so ausspricht... Und... Ja... Du hast es geschafft... Du hast... Hashtag... Glock... Aktiv... Geschrieben... Bravo... Ähm... Yo... Das heißt... Tschüss...